Drei Scheiben Hüftsteak, bitte. Wo kommen die denn her? Hm, eindeutig junges Rand. Linke Hüfte, artgerechte Rinderzucht, 40 Hektar Südhang, hohe Klee- und Kräuterdichte und im Winter großer Laufstall bei 15 Grad. Das ist vom Bauer Lemke. Was wollte ich denn noch? Das kenne ich. Ich kann mir auch nichts merken.